So, die Raupe hat sich verwandelt. Das ist der Falter, der hier aus dem Buchsbaumzünsler geworden ist. Jetzt habe ich sie überall hier bei mir im Garten. Überall rumfliegen, als wenn das nicht schon reichen würde, dass sie hier meine ganzen Buchsbäume kaputt gemacht haben. Nein, jetzt schwören hier überall diese Falter rum. Man braucht nur Gegentreten, dann kommen sie schon alle hier raus. Ja, so ist das.